Musik Mensch, Giras, ich bin ganz gerührt und geschüttet. So viel Grüße und Wünsche und alles. So viel Liebe. Danke. Danke, danke, danke. Tja, wirklich schade, dass das mit der großen Geburtstagsparty heute nicht geklappt hat. Also dieses Jahr. Aber ich hatte keine Chance, euch die Einladung zu schicken. Der rief zum Briefkasten. Versperrt. Aber ihr seht es ja hier hinter mir. Hier. Ja, ich stehe vor meiner Haustür. Innen. Vor meiner offenen Haustür. Was? Ihr seht nur eine weiße Wand? Ja, das ist es ja. Ich auch. Eine weiße Wand. Schnee. Sieben Meter hoch. Ich bin eingeschneit seit sieben Wochen. Kein Weg raus, kein Weg rein. Alle Vorratsschränke leer, der Kühlschrank leer. Das Einzige, was noch übrig ist, ist das hier. Eine allerletzte Flasche Bier. Aus der ich jeden Tag ein kleines Stückchen trinke. Wer weiß, wie lange noch. Aber heute tue ich das besonders gerne. Auf euer Wohl nämlich. Prost, Kinas. Danke. Und lebt wohl. Ich bin ein kleines Stückchen. Bis zum nächsten Mal.